...Stadthalle und hier finden die internationalen deutschen Meisterschaften im Bodybuilding und in Fitness statt. Hier gibt es sehr viele sportliche Athleten und sehr viele interessante Zuschauer auch. Und da will ich mich heute mal umschauen, was es hier zu sehen gibt. So, jetzt gehen wir mal in den Aufwärmbereich. Und gleich sind die Damen dran. Hier wärmen sich schon die Damen auf. Ist das jetzt schon Bodybuilding oder ist das die Fitnessabteilung? Ah, okay. Bodybuilding, ist das auch noch Fitness? Nee, nee. Oder ist das schon Bodybuilding? Das ist ja. Das ist schon Bodybuilding, ja. Und du hast Knoblauch gegessen. Ich hab Knoblauch gegessen? Nein, die Leber stinkt einfach. Schönen Tag machen Sie auch mit hier? Ach doch, ja. Nein, Sie sind der? Präsident. Sie sind der Präsident? Exakt und selbstständig. Der Präsident des Bodybuilders, wie nennen Sie das? Des deutschen Bodybuilding und Fitnessverbandes. Ah, sind Sie selber denn noch aktiv? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Eher im Bauchbuilding. So, das muss aber reichen langsam, oder? Finde ich schon. Also mehr, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie jetzt noch ein Nudelholz in der Hand haben, da wird mir wirklich Angst und Bange. Da können Sie ja ganze Städte mit auslöschen, sozusagen. Nein, die sind alle ganz lieb. Ich hab da eben ein paar Frauen gesehen, die hatten weniger Tippen als Sie. Nein, nein. Ich muss ja nicht sagen. Oh, guck mal, da vorne ist aber... Finde dir das mal an. Ich hab schon gehört, dass der Stefan Raab da ist. Das sieht ja aus wie im Comic. Ja, das ist ja unfassbar. Das ist nicht reingestopft. Nein, das ist alles echt. Ich werd beklopft. Das ist ja unfassbar. Wie geht das denn? Wie breit sind Sie? Haben Sie das mal gemessen? Wie das breit ist man da nachzahlen? Ja, also der Brustumfang liegt so bei einem Meter 52. Ein Meter 52? Ja. Das ist ja so breit wie Peter Maffay hoch. Ganz genau. Kannst du mal gerade aufmachen? Ja, das ist. Ich glaube, ich meine, da ist immer noch ein Kissen drunter oder so. Unfassbar. Lass mal. Tiere hast du auch noch unterm Hemd. Ja. Wie nennt ihr Leute wie mich? Ihr habt doch bestimmt so Spitznamen für Nicht-Buddy-Bilder, oder? Was? Hautständer. Hautständer. Ja, ich bin ein Hautständer. Damit schmiert ihr euch ein? Ach, damit ihr da so aussieht, so braun aus. Ach, das ist Farbe. Ich dachte, das wäre alles Solarium. Was heißt 76? Startnummer. Ach, Startnummer. Ah, okay. Ich dachte Millimeter. Schönen guten Tag. Oh, ich bin ja. Ich sehe schon. Das ist ja... Das sieht schon... Es sieht auch ein bisschen gefährlich aus, so. Hat man da... Wenn man da... Wie sind ihr? Ich bin der Hari. Der Hari. Alter Germane. Alter Germane, ja. Ich sehe schon. Das ist... Kann man mal ein bisschen was sehen? Nein, dann muss nicht sein. Das ist ganz wie Ari, wie du das möchtest. Aber so ein bisschen... Mal gerade gucken. Hari, zeig mal ein bisschen was... Das ist mal... Du Scheiße. Das ist ja... Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Du bist ein sehr, sehr netter Mensch. Hast du noch einen normalen... Arbeitest du nebenbei noch? Security. Security, natürlich. Und zwar für mich. Hari, du bist mein Freund, ne? Dass das mal klar ist. So, irgendeiner, der was gegen mich hat. Der Hari ist mein Freund. Was machst du normalerweise? Im normalen Leben? Ich bin heute Bedienmechaniker. Ich baue Prothesen. Beinprothesen. Ah! Der Hari macht einfach die Oberschenkel ab und du sagst, ach... Und dann sagt der Hari, ich hätte da jemanden, der könnte ihn neuen besorgen. Machen Sie heute auch mit? Ja, ich mache heute auch mit. Das ist ja unfassbar. Also die beste Frisur haben Sie auf jeden Fall schon mal. Das ist ein bisschen Hulk Hogan-mäßig hier. Ja, ich bin ein bisschen Hulk Hogan. Wenn man den Bart hier so... Achso, nicht. Natürlich, ich fass den Bart. Niemals würde ich den Bart anfassen. Es sei denn, der Hari ist dabei. Welcher Klasse sind Sie dann sozusagen? Schenkelbürste oder was? Macht das Eindruck auf die Jury, sagt die Jury, ja. Oder ist der Jury, der Bart, eher egal. Hauptsache Sack rasiert. Der sieht echt aus wie frisch aus dem Wiener Wald, von der Grillstange genommen. Das ist ja gar nicht so hart, wie man meint. Ja, das kommt doch an. Das ist ein bisschen... Oh, ja, so ist es hart. Jetzt sehe ich es. Oh, guck mal, hier. Das ist ein weißer Punkt. Du kannst dich so richtig flassern lassen hier? Ja, ne, klar.